Moin Leute, das erste Video auf meinem neuen Kanal ist am Start und wir spielen direkt auf meiner Lieblings-Map Summit Team Deathmatch in Black Ops. Ja, das ist eigentlich somit meine Lieblings-Map in Black Ops. Und ich hab mir gedacht, ich bin auf meinem vorherigen Kanal mit Black Ops angefangen, da fang ich dann diesen Kanal auch wieder mit Black Ops an. Vor allem, weil jetzt demnächst Black Ops 2 rauskommt und ja, deswegen spielen wir jetzt mal live eine Runde hier. Ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, es ist kein Intro. Fuh man, es ist kein Intro vor dem Video. Das hat einfach folgenden Grund, ich muss nochmal gucken, wie ich das mache. Ich wollte ein neues Intro wohl haben. Ich will die Waffe haben, die will ich auf jeden Fall haben. Ja, ich wollte wohl ein neues Intro haben. Ich muss noch gucken, ob ich mir selber eins mache oder ob ich wen anschreibe und frage, ob er vielleicht eins für mich machen würde. Das wird sich alles noch rausstellen. Ja, vielleicht habt ihr ja auch einen, der mir vielleicht eins machen könnte. Oder vielleicht ist ja einer von euch Editor oder sowas in der Art und könnte mir eins machen. Das wäre ja auch ziemlich nice. Weil ich glaube nochmal, also mein anderes, das war ja ganz okay. Stirb. Dankeschön. Das war ja ganz okay. Das war ja nicht schlecht, aber auch nicht hammermäßig Bombe. Das habe ich halt selber gemacht. Habe ich auch schon ganz schön lange für gebraucht. Und ja, da habe ich... Ups, da habe ich gar nicht gemerkt. Und da habe ich schon ziemlich lange dran gesessen und da habe ich jetzt nicht nochmal Bock drauf, das zu machen, wenn ich ehrlich bin. Aber eine gute, das nur so nebenbei. Oh, 3-1, das haben wir. Ich habe eben gerade schon ein paar Runden gezockt. Ach, komm. Die letzte war ganz okay, 22-2. Ja, die hier scheinen nicht so gut zu laufen. Ist auch typisch. Bam, Pelignal. Upsala. Boah. Bam. Boah, er hat mir den Arsch gerettet, Alter. Jetzt rette ich ihm auch mal den Arsch und klaue in den Kild. Dankeschön. Boah. Machen wir das Ding mal raus. Bam, Alter. Da, hm, treffe ich nicht. Ah, ich habe gedacht, kann ich ihn vielleicht durch die Wand wegficken, aber das ist, äh, nicht der Fall. Ah, komm. Komm. Komm, löse das Ding mal. Bam. Double Kill. Und da ist der Huey. Läuft auch geil, oder? Verdammt. Ah, jetzt läuft er den Blackbird eben noch schnell noch aus. Wohl, wir haben sofort schon gewonnen, Alter. Was geht denn hier ab? Sie sind blind. Sie sind blind. Ja, morgen kommt auf jeden Fall, äh, Battlefield 3. Das kann ich jetzt so schon mal sagen, denn morgen kommt ja Armored Kill raus. Das neue DLC für PC natürlich. Für PC Premium Player. Die PS3-Leute dürfen das ja schon spielen, habe ich zwar auch, aber ich habe dafür kein Battlefield. Und für die eine Woche hole ich mir nicht extra Battlefield und Premium und allmöglichen Mist, nur um das eine Woche eher zu spielen. Ja, komm, hauen wir halt eben noch den Huey raus. 14-3 halt, geht ja. Komm. Hoppa. Hau raus. Ich hatte gerade... Ah, geil. Ja, habe ich ein bisschen gepennt. Aber na gut, dann habt ihr mehr Gun-on-Gun-Action gesehen. Das ist ja alles in den W3 gekommen, da seid ihr ja dran gewöhnt. Ja, genau. Und das war es dann eigentlich auch erstmal fürs Erste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich immer noch freuen und könnte noch einen Favorit anlassen und einen Daumen und ja, teilt auch noch und da. Nee, ähm, ja, dann würde ich einfach mal sagen, das war mein erstes Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr abonniert mich, bleibt betreu oder sonstigen Mist. Ich starte schon die nächste Runde, aber wir arbeiten jetzt mal weiter. Ähm, und dann sehen wir uns morgen in Battlefield wieder, würde ich mal sagen. Macht's gut und Bananarama!